Da möchte ich jetzt gleich noch kurz anschließen, bevor wir zum Kreis übergehen. Wir haben für nächste Woche den Professor Kavuras hier. Nächste Woche ist Samstag, Professor Kavuras, auch mit einer Rede aus der ärztlichen Sicht. Und morgen haben wir eine Rede von der Charlotte über von der Angst zur Liebe. Und jetzt machen wir eben für Frieden und Freiheit mit Liebe unseren Kreis. Ich sehe schon, ihr seid perfekt aufgestellt und wir schauen in Gedanken auf die Kerze und machen das Licht der Kerze größer, damit es in der gesamten Welt hell wird. Wir machen jetzt ein paar Tage. Das war's. Ein Spielraum. Ein Spielraum. Ein Spielraum. Und sie aufzufordern, sie unter Mitnahme der Kundgebungsmittel umgehend zu entfernen. Darauf wollte ich noch mal hinweisen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Heiß genug ist es. Vielleicht gönnt ihr euch noch ein Eis. Und ansonsten würde ich mich freuen, morgen wieder um 18 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Kommen. Dankeschön. Dankeschön, dass ihr alle da wart. Und ein ganz dickes Danke nochmal an die Polizei, die uns heute erlaubt hat, etwas zu überziehen. Dankeschön. Ich bin froh, dass ihr alle da wart. Alles beschaute. Vielen Dank.